Frau, ja. Frau, das ist eine sehr interessante Geschöpf. Das ist, weißt du, Beispiel, wenn du bist mit einem Männern nach der Balken, Angel, ja, und du hast gesagt, du kommst in einer Stunde, bist du gekommen in der Nacht, die ganze Nacht nicht. Ja, weil ich hier gesessen habe, mit euren Männern gesprochen, ja. Aber weißt du, ob halbe Stunde, ja, oder einen Tag zu spät, das ist ihr Ärger, ihr selber, ja. Mach Handy aus, mach in die Ecke und sitze ganze Nacht mit Musik. Kommst du nach Hause, das ist egal, ist sowieso eingeschnappt eine Woche. Ausgleich, ja. Ausgleich, ja.